Eure Majestät, es ist nun meine Aufgabe, nach Jahren des Krieges gegen Spanien endlich für Frieden zu sorgen, um jeden Preis. Wir meinen, dass eine Vermählung mit eurer Cousine, der Tochter von König Philipp V. von Spanien, der Beziehung unserer beiden Länder eine friedliche Wendung verleiht. Meine geliebte Tochter, ihr werdet von nun an Königin von Frankreich sein. Was euch angeht, mein Sohn, wir vermehlen euch mit Louise Elisabeth von Orléans. Ich will aber nicht dahin, Monsieur. Das werdet ihr. Ich habe viel intrigiert, um das zu erreichen. Eine Prinzessin ist dazu bestimmt, mit der Heirat für den Erhalt der Dynastie zu sorgen. Madame, es erfreut mich, dass ihr gesund angekommen seid. Esst ihr nicht, Madame? Ihr dürft mit den Händen essen, wenn ihr es wünscht. Ich erinnere mich, dass wir in Versailles das so gemacht haben. Die Zukunft Europas steht hier auf dem Spiel. Der König von Spanien kann unberichtbar sein. Was genau sagten unsere Spione? Eure Tochter lebt sich nur sehr langsam in Spanien ein. Das Gegenteil hätte mich verwundert. Nein! Ich war ein erbärmlicher König. Feige. Ich denke, dass dringend für eure Nachkommenschaft gesorgt werden sollte. Ich fürchte, die Infantin ist für die Aufgabe ungeeignet. Niemals werdet ihr euch diesen Kind nehmen. Aber ihr liebt mich nicht wahr. Lui! 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 Lui!